Hallo und danke für die Einladung. Ich freue mich, dass wir jetzt ein bisschen plaudern und ich erzählen kann, wie es mir geht und wie es mir gegangen ist mit euch und wie es mir weitergehen wird vielleicht mit euch. Ja, ich bin Schauspielerin und Sängerin und ich musste gestern nachschauen, wann wir uns kennengelernt haben, weil die Zeit vergeht so schnell. Es war 2018 und ich habe ein Seminar in Wien mit euch besucht. Der größte Erfolg war gar nicht unbedingt jetzt, dass ich diese CD mache, sondern dass ich aus dieser Lebenskrise wieder, dass ich wieder, ich war so depressiv und das bin ich überhaupt nicht mehr. Also jetzt bin ich zwar, ach, das klappt nicht und ich ärgere mich oder manchmal denke ich mir, ah Mist und also natürlich gibt es auch Naps, aber ich war wirklich am Boden, ich war so depressiv, dass ich gar nichts mehr machen wollte und es war ein Wunder, dass ich mich überhaupt zu euch in das Seminar geschleppt habe. Also für mich sind Welten zwischen der Frau, die ich kennengelernt habe in dem Seminar in Wien und der Frau, die ich jetzt auf der Bühne, nicht nur auf der Bühne sehe, sondern auch so, wir sind ja auch so in Kontakt und telefonieren und sprechen miteinander und da ist eben von dieser alten Ausstrahlung, von dieser Schwere, die ist einfach komplett aufgelöst und dadurch, dass das aber schrittweise geht, sieht man das einfach oft nicht gleich, sondern eben erst im Nachhinein. Genau, seitdem haben wir ja immer wieder mal Coachings gehabt und dann öffnen sich die Türen bei dir auch viel schneller, weil viel mehr Vertrauen da ist. Ich kann mich noch erinnern, wo ich hatte zwei Versionen von dem Stück. Da war ich gerade am Strand und habe geschrieben im Urlaub und konnte mich nicht entscheiden, welche Version mache ich jetzt und das war ganz schnell. Ich war total verzweifelt. Ich habe mir gedacht, ich muss jetzt eine Entscheidung treffen. Dann habe ich mit ihr telefoniert und das war nach dem Telefonat, du hast mir Sachen gesagt, wie ich das finden könnte und so und ich habe aufgelegt und in dem Moment wusste ich, die Version ist, es gibt überhaupt keine Diskussion jetzt. Es ging ganz schnell dann plötzlich.